Die dritte Aufgabe wäre für uns Nachtlager suchen und einrichten, also aufbauen, gemütlich machen. Beachtet vor allem Gefahren in der Nacht. Das ist entscheidend. Das ist die dritte Aufgabe. Achso. Sind Sie bereit dazu? Ja, sind wir. Da auch einer. Wunderbar. Bist du auch so weit? Ja, ja. Super. Ja, nicht so recht, oder? Was? Du hast dir halt helfen, Lukas. Selbstverständlich. Und wenn du dir Lederhände ausziehen musst, verstehst du? Nein, das gebe ich ja nicht. Wohin? Mich fragst du? Nein, im Baum. Ich, der alte, erfahrene Actioncamper, würde dir sagen, dass du nicht auf offener Wiese liegen solltest. Hanna und Lukas, nicht vergessen, was ich euch gesagt habe, so wie man sich bettet, so liegt man. Ich höre in der Ferne eine Stimme und die sagt mir, wir hätten uns ein Hotel nehmen sollen. Ja, so wird es verstanden. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hierher liegen, weit weg vom Feuer, dass wenn es ausbricht, dass es nicht wir waren. Na, da ist gut, da ist gut. Hä? Ja, aber die Wiese ist ja ganz heiß. Sind wir im Urwald oder daheim im Sofa? Die Wiese ist so nice. Die Zecken stechen. Ich werde das gleich mit dem Safety gelben Sarg auspacken, als Unterlage, damit es nicht zu nass ist für dich. Schwurzt. Mach mal. Mach noch nicht schlafen. Sollten wir das Feuer vielleicht ausmachen, oder? Robert! 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 Robert, wie hilfst du? Anna ist er ja. Nieder ungefähr. Ja, es wird auf jeden Fall sicher kalter in der Nacht und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr euch gegenseitig wärmt und auf den Biwaksack drauf legt und dann könnt ihr euch gegenseitig einfach wärmen. Ansonsten habt ihr ja super gewählt, ihr habt jetzt das Incentiv wahrscheinlich die Himmelsrichtung beachtet. Ja. Ganz genau, ja. Also, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Robert! Tschüss! Gute Nacht. Komm, Anna, jetzt stell es nicht so an. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass mich nicht reinschlupfen, oder? Soll ich jetzt einschlupfen? Schlüpf unter die Deck. Du kannst doch stehen in die Nacht. So. Wir könnten doch so Sackhüpfen machen. Ja. Und mit werden. So, Anna. Ah, das glaubst du gar nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen dann wieder. Alles Gute. Ihr seid jetzt ganz alleine. Ganz alleine. Aha. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, weißer Koyote. Na, worauf wartet Timis? Auf den Gute-Nacht-Kuss? Lukas aber ganz brav nimmt gleich die richtige Position ein als vergebener Mann und träumt ganz bestimmt von seiner Lisa. Ja. Sehr geil. Der Ding war schon saumierter, Lukas. Ich hab gesagt, ich deck mir jetzt zu. Ja, es war extrem warm, weil der Schlafzug dürfte für den Winter sein oder so. Ich hugel mir nicht einmal gerne am Boden, wo da die Viecher herumkreuen mit Insekten. Da hab ich ein bisschen ein Problem. Und dann einen da hinlegen und die ganze Nacht da verbringen. Also das ist ein bisschen unangenehm gewesen, finde ich. Die hat da ein bisschen Probleme gehabt mit dem Zudecken und überhaupt damit Ding. Und die Nähe vom Lukas natürlich auch. Weil sie war ja das dann doch nicht so gewohnt. Und keiner tut es auch noch nicht so aus dem Vorleben. Und dass man jetzt in einem Schlafsack, in einem anderen Schlafsack vielleicht in einem halben Meter Entfernung liegt, ist für mich auch kein Problem oder so. Auch wenn ich eine Freundin hab. Also ich hab nicht wirklich viel Schlaf gekriegt. Schlafen, glaube ich, hat von uns beiden keiner. Diesen Zapfen hat sich auch der Lukas verdient. Er hat die Initiative ergriffen und sich anständig zur Ruhe gebettet. Und wie die beiden sich bei der Morgengymnastik und am Seilparcours anstellen, sehen Sie in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.